Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Wand rausmacht. Ich verwende in diesem Fall dafür einen Bohrhammer. Sowie einen Zuschlaghammer. Da dies eine recht staubige Angelegenheit ist, solltet ihr unbedingt eine Atemmaske tragen, eine Schutzfrelle und am besten noch einen Helm mit Ohrschützern. So, wie ihr seht, habe ich den ersten Stein draußen, indem ich einfach immer mit dem Hammer durch den Putz durchgegangen bin. Ich denke, dass der erste Stein der schwerste war. Die weiteren Steine werde ich jetzt nach und nach runterziehen und den Rest wahrscheinlich dann mit dem großen Zuschlag- oder Vorschlaghammer raushammern. Und so arbeitet ihr euch immer wieder weiter vor und vor, Stein für Stein. Wenn ihr die Steine noch verwendet möchtet, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn ihr mit dem Bohrhammer einfach nur die Fugen raushämmert und somit könnt ihr die Steine weiterhin noch einmal verwenden. Probiert das einfach aus, lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag gefallen hat und abonniert meinen Kanal, wenn ihr dies bis jetzt noch nicht getan habt, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Für alle comentários www.debsbunderempfernseo.de